Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo für die Gamescom 2017. Ja, am Dienstag oder ab Dienstag bzw. ab Mittwoch, je nachdem, ist es mal wieder soweit. Die größte Spielemesse Deutschlands öffnet ihre Tore und auch wir sind natürlich dieses Jahr wieder dabei. Ich bin nicht so wirklich geübt darin, sowas episch darzustellen. Natürlich ist die Gamescom immer etwas Besonderes, auch für mich oder halt für euch, die halt da sind. Für mich ist es einfach mal eine Woche Abwechslung, einfach mal wieder die Leute treffen und auch einige von euch logischerweise treffen, aber auch natürlich viel Neues sehen an Spielen etc. pp. Und deswegen dieses kleine kurze Informationsvideo, wie, wo, was etc. pp. für die Leute, die da sind. Vorweg natürlich, wie jedes Jahr, auch gibt es während der Woche der Gamescom, also sprich nächste Woche, wie gewohnt, Videos, ja. Ja, könnt ihr den Uploadplan unter Sachsenetzplayer.info entnehmen. Es kommen ein paar Overwatches, Carmechanic läuft, schickt nochmal weiter, DLS-Dinger läuft, schickt nochmal weiter, Bausimulator läuft, schickt nochmal weiter, ETS läuft, schickt nochmal weiter. Sollte eigentlich theoretisch alles nochmal weiterkommen bis auf Gambling. So, das ist erstmal für die, die halt nicht da sein können. Ansonsten, weil immer die Frage gestellt wird, wann bin ich oder wir, und mit wir meine ich jetzt ich und Glick, denn da. Wir sind am Montag schon da, das ist aber nur Anreise, Dienstag ist Presse- bzw. Fachbesuchertag. Da denke ich mal, sind die wenigsten von euch oder gar keine von euch da, weil da nicht drauf kommt logischerweise. Und am Mittwoch geht das ganze Spektakel ja dementsprechend los. Ich habe am Mittwoch, am Donnerstag und Freitag früh, habe ich noch ein paar Termine, die ich im Allgemeinen wahrnehmen muss. Das sind dieses Jahr ein bisschen mehr wie letztes Jahr, hat sich halt so ergeben. Aber größtenteils versuche ich alles Dienstag abzufrüstigen, dass ich die restlichen Tage halt Zeit habe. Allgemein findet ein TT-Abo-Treffen, wie man es ja jetzt aus den letzten Jahren kennt, auch wieder statt. Und zwar am Freitag um 13 Uhr und am Samstag um 14 Uhr wieder hinter der Halle 8. Ihr wisst, hinten dieser große Außenbereich, wo diese Brücke da ist, und da blende ich jetzt mal hier so eine Karte ein mit einem Pfeil, dass ihr es ungefähr wisst. Da ist TT-Treffen, also Abo-Treffen am Freitag um 13 Uhr bis 15 Uhr circa und am Samstag 14 Uhr bis 16 Uhr circa. Das sind erstmal so diese zentralen Termine. Dort sind halt wirklich alle Leute, die irgendwie was mit Brubble Town zu tun haben, dementsprechend dabei. Und damit könnt ihr mich natürlich dann auch, mich und Klick treffen. Versteht sich. So, jetzt habe ich mal lange überlegt, was ist denn mit den Leuten, die eventuell nur am Mittwoch oder am Donnerstag da sind? Das ist eine sehr gute Frage und ich denke mal, da habe ich einen Ansatz gefunden. Und zwar werde ich mich, weil ich Mittwoch und Donnerstag, obwohl, ja doch Mittwoch und Donnerstag, die meisten Termine habe, ja, ebenfalls so in der Früh, so Vormittag bis Mittaglippe maximal oder jeden Termin ist noch Nachmittag, wird es wohl so sein, dass ich über Twitter oder Instagram, denn ich habe jetzt ja mittlerweile ein Handy, was auch halbwegs ordentliche Fotos machen kann, werde ich da einfach auf diesen Social-Media-Seiten halt posten, wo wir denn gerade sind. Und wenn nur Leute, die an Tag X da sind, halt da sind, können sie mich dann halt an den Standort dort treffen, wo wir halt gerade mal stehen oder Pause machen, whatever, äh, whatever. Deswegen entweder mir einmal auf Instagram folgen, Link ist in der Beschreibung, oder halt auch auf Twitter. Twitter ist da noch die erste Methode, wer meine, mein Face nicht auf Instagram sehen will. Und, ähm, ja, größtenteils werde ich natürlich beim LS-Stand sein, da habe ich viel zu tun, viel zu filmen, etc., pp., man kann sich das ja denken, ja, und ansonsten trifft man sich vielleicht halt mal zufällig. Aber konkrete Termine für, äh, für ein Abo-Treffen, wie gesagt, drei, äh, Freitag 13 Uhr, Samstag 14 Uhr hinter Halle 8 in diesem großen Außenbereich, wo die, äh, Brücke ist. Im Allgemeinen, was könnt ihr denn von mir für, äh, auf dieser Gamescom dieses Jahr warten? Ich habe diesmal, ähm, extra jetzt keine Werbung, keinen Aufruf gemacht wegen T-Shirts und alles, ähm, ich habe jetzt auch kein Ereignis-Design dafür gehabt, dafür war ich halt einfach zu, zu spät dran. Ähm, ich bin mir auch, habe leider auch keine Übersicht, ob da jetzt irgendwie in den letzten Monat irgendwas großartig verkauft worden ist, ähm, falls ja, danke, falls nicht, auch kein Problem. Ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Schnatteradack gemacht, mir ist das ja relativ egal, was ihr anzieht, oder ob ihr Merch von mir habt, weil so besonders ist es ja auch nicht, davon abgesehen, außer mein Logo halt, was Shigo gemacht hat, was im Übrigen sehr gut aussieht. Ähm, aber allgemein, was könnt ihr dieses Jahr auf der Gamescom oder von der Gamescom, äh, von mir erwarten? Ähm, weiterhin Interviews, wir haben Interview mit Giants wieder, und zwar mit dem Lars, das ist, äh, der Community-Manager, ne, also Martin ist der Marketing-Manager, Lars ist der Community-Manager, der auch auf der Formcon war, mit dem haben wir dieses Jahr ein Interview bezüglich LS17 Platinium Add-on, ja, für LS, ähm, 19 brauchen wir noch keine Fragen stellen, weil das wird er mir ja nicht beantworten, ne, das kann ich euch soweit schon mal sagen. Ähm, dann haben wir noch, ähm, allgemeine Vorstellungen vom Autobahn Police Simulator 2 und Firefighting und, äh, Police Simulator 18, ja, da ist einiges, das werden wir natürlich alles für euch filmen, wir werden versuchen, mit den Entwicklern Interviews zu führen, sofern sie Deutsch sprechen, weil englische Interviews kann ich nicht führen, versteht sich, und, ähm, tja, auch irgendwelche unangekündigten Titel, die uns gezeigt werden, sofern ich darüber berichten darf oder das filmen darf, das werdet ihr später alles auf dem Kanal, äh, sehen in Form eines Videos, versteht sich. Das kommt aber alles dann am, ja, Samstagabend, Sonntag, ab Sonntag, also Samstagabend, Sonntagmittag rum, wenn wir wieder hier sind, weil von der Messe selber aus kann ich euch leider nichts machen, weil Internet ist schlecht, Laptop ist nicht da, ne. Deswegen kommt das dann alles halt dementsprechend ein bisschen mit, äh, Verzögerung, aber ansonsten könnt ihr euch auf Interviews und auf allgemeine Gameplays von vielleicht auch noch unangekündigten Titeln, äh, gerade was Simulatoren angeht, freuen. Ähm, aufgrund dessen habe ich schon nochmal ein bisschen aufgerüstet, ne, wir haben noch weiterhin die alte Kamera, die hat bis jetzt so die letzten 2-3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet, wenn wir ehrlich sind, aber ich habe, wie ihr vielleicht schon seht, ein neues Mikrofon, das ist ein Rode-Mikrofon, ähm, war schweineteuer, aber da nochmal ein Dank an Ansgar und Werner, die mir da zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt haben, dass es nicht mehr ganz so teuer war und, ähm, ich hoffe, damit, äh, geht die, äh, Soundqualität nochmal ein Stückchen höher, weil wir hatten ja im Livestream mal drüber gesprochen und da meint ihr ja die Mehrheit von euch, ja, Bild und so ist ja eigentlich geil, Sound wäre vielleicht noch geiler zu machen. Also, deswegen jetzt dieses, äh, wundervolle, neue, teure Mikrofon. Wahnsinn, was das mittlerweile alles kostet. Ähm, deswegen, das ist so erstmal so der grobe Plan, äh, was es für die Gamescom so geben wird. Es wird wieder ein Vlog geben, ganz klar, ne, Anreise, vor Ort, Abreise, wie man es dementsprechend kennt, ähm, bei den Abendveranstaltungen, wir sind, und, äh, was machen wir, ja, Lasertag ist dieses Jahr nicht so, dass wir da, aber wir machen so Go-Kart und, 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 und so, gucken mal, ab da halt irgendwas kommt, aber ich denke mal, bei solchen Abenddingern werde ich die Kamera drinnen lassen, weil da will man auch einfach Ruhe haben und nicht permanent gefilmt werden. Ja, und ansonsten, der Rest, da lassen wir uns einfach mal überraschen, ne, äh, wie es im Endeffekt ist. Ich freue mich auf jeden Fall, seid ihr vor Ort, falls ja, wann, schreibt es, wie gesagt, einfach gerne mal in die Kommentare, ja, und, ähm, ich weiß auf jeden Fall schon von einigen, dass sie halt da sind, ne, vom Dirty Teddy, vom Alice Marco ist da, und natürlich auch die, die ganze Chaos-Bande ist halt mit da, ne, also von unseren TT-Leuten sind eigentlich alle, also fast alle da, bis auf Anne. Nancy ist dieses Jahr leider auch nicht da, ja, Mann, dann dementsprechend auch nicht, Grabs war noch nie da, Renz ist nicht da, ja, aber ansonsten, sind eigentlich alle von unserer, äh, Truppi, Trapi, Truppi, äh, da halt vor Ort. Wären auf jeden Fall lustige Tage, ich freue mich auf jeden Fall schon. Joach, kamen jetzt auch in den letzten Tagen massiv Pakete an, was ich halt nach allem so an Equipment brauche, und, ähm, ich hoffe, dass ich dieses Jahr nochmal eine kleine Leistungssteigerung im Bereich hier von Bild- und Soundqualität euch geben kann. Hoffe ich zumindestens. So, in dem Sinne, das soll das erstmal mit dem Infovideo gewesen sein. Sollten noch Fragen bestehen, einfach in die Kommentare. Und, äh, joach, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns ab Mittwoch, ne, wenn ihr wollt, wohl bemerkt. Einfach ansprechen, ich weiß nicht, auch wenn ich so aussah. Ach ja, und die Haare kommen noch ein bisschen kürzer, weil das gefällt mir jetzt in dem Falle noch so nicht. Ja, gut, ähm, in dem Sinne, ich bin raus. Tschü, tülü.